Hallo, heute zeigen wir Ihnen, wie Sie es mit unseren Holzbriketts-Vulkane richtig schnell und einfach warm bekommen. Zunächst stellen Sie zwei Holzbarren hochkant parallel zueinander auf und lassen ein bisschen Platz dazwischen für den Anzünder. Quer über die beiden Holzbarren stellen Sie zwei weitere Barren und lassen ein bisschen Platz dazwischen ihm, damit genug Luft zirkulieren kann. Nun legen Sie den Anzünder runter. Jetzt stelle ich das Ganze im Ofen auf. Und zünde es an. Jetzt sehen Sie, wie schnell und einfach es warm wird. Wir wünschen Ihnen viel Freude und Wärme und den Fulkane einstellen. Wir wünschen Ihnen viel Freude und Wärme und den Fulkane. Wir wünschen Ihnen viel Freude und Wärme und den Fulkane. jetzt pessoas dr firsthand. Sehr schön.